Ich spreche über die TUI 4x4 Tour im Geländewagen, die wir in unserem Boa Vista Urlaub gemacht haben. Ich zeige euch Bilder von den Storps und erzähle euch, wie der Tag so war und berichte euch über eine ganz interessante Geschichte über unseren einheimischen Tourguide und warum es sinnvoll sein kann, die Beschreibung zu den TUI Touren vorher und während der Tour zu überprüfen. Zum Schluss gibt es noch ein Fazit zur Tour und ich denke, ihr könnt danach ganz gut beurteilen, ob ihr die 4x4 Tour in eurem Urlaub machen solltet, ob das das Richtige für euch ist oder eben nicht. Es ging los um halb zehn. Ich dachte ja, okay, da kommen jetzt fünf Geländewagen mit jeweils vier Sitzen, aber nein, es waren also zwei Geländewagen und jeder Geländewagen hatte links und rechts jeweils eine Sitzreihe, wo man sich dann zu viert auffalten konnte bzw. auffalten musste. Das heißt also, man musste die Beine schon ziemlich anziehen, wenn man sich da reingesetzt hat. Nachdem der Tourguide die Tickets auf Gültigkeit überprüft hatte, ging es dann also los. Ab über die Insel, südländisches Gedudel im Radio, die karge Landschaft und das unbequeme Sitzen, das war schon wie eine kleine Safari, wie das anfing. Der erste Stopp war das älteste Dörfchen auf der Insel, Powakau-Welha oder so. Naja, auf jeden Fall waren wir 30 Minuten unterwegs. Das Dorf hat etwa 300 Einwohner und ist ja der älteste Ort auf der Insel. Wir fingen an mit der Dorfbesichtigung auf einem Hügel. Da steht also die Kirche aus dem Jahr 1828. Wir wurden direkt zur Kirche gefahren. Das war ganz schön. Da gab es schon einen tollen Panorama. Blickte jetzt auf jeden Fall gut für ein Foto. Und dann ging es also weiter zu Fuß zum Ortskern. Das war ein Weg von in etwa 10 bis 15 Minuten dann. Durch das schon einigermaßen ärmliche Dorf hindurch, in dem sich außer einem abgemagerten Hahn nicht so wahnsinnig viel bewegte. Das hängt damit zusammen, sagte unser Tourguide, dass die Jungen das Dorf verlassen und dass eben nur noch die älteren Leute hier leben. Die und die doch nicht unaufdringlichen Souvenirverkäufer dann am Dorfplatz, die bringen schon eine gewisse Dynamik rein. Und da haben wir dann also auch direkt Shoppingzeit bekommen. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gesagt, also der erste Stopp war ein Shoppingstopp. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Powershopping wurden wir dann wieder in den Geländewagen eingeladen und los ging es, los zum zweiten Stopp der Wüste. Inzwischen hatten wir auch mehr über unseren Tourguide erfahren. Der war ziemlich genervt von TUI, weil TUI ihn während Corona auf die Straße gesetzt hat und arbeitet jetzt zwar wieder, aber nur noch punktuell für meinen Lieblingsreiseveranstalter, was er uns dann allerdings auch direkt erzählte, dass er also seine eigene Touristikfirma gegründet hat, mit denen er Touri-Touren auf der Insel anbietet, die er uns natürlich wärmstens ans Herz legen wollte. Und das fand ich natürlich ziemlich interessant, dass er sich da so anpreist. Das hat mich nicht nur als Pauschaltourist interessiert, das hat mich auch interessiert, ganz besonders sogar in meiner Eigenschaft als TUI-Aktionär. Doch dazu später mehr. Stopp 2, die Vianerwüste. Das ist also eine wüstenähnliche Landschaft im nordwestlichen Teil der Insel. Hier finden wir erstmal eine Bar bzw. ein Restaurant. Das würden wir auch später nochmal sehen in einer anderen Tour in der Sternentour, die wir nämlich gemacht haben. Da geht es nochmal an ganz genau dieselbe Stelle. Wenn ihr mit dem Geländewagen in die Einfahrt reinfahrt, solltet ihr euch gut festhalten. Der Fahrer muss nämlich mit Vollgas durch ein riesiges Schlagloch fahren, damit er auf der anderen Seite wieder hochkommt. Wir wussten das nicht, deswegen konnten wir für eine Sekunde das Gefühl von Schwerelosigkeit spüren. Also der nächste Stopp 30 Minuten Sandsurfen auf einer Düne direkt nahe an dem Restaurant in der Wüste. Ich fand das so lala toll und habe mir lieber einige Büsche von hinten angesehen und da auch ziemlich viel Müll gefunden. Gefolgt waren uns offensichtlich auch die Souvenirjungs, die auf großen Tüchern ihren Ramsch wieder aufbauten. Im Restaurant gab es dann ein Mineralwasser aufs Haus bzw. auf TUI. Und 40 Minuten später ging es dann weiter. Jetzt nächster Stopp, das berühmte Schiffswrack. Vorher sahen wir allerdings den holprigsten Teil der Tour. Im anderen Wagen war auch eine Schwangere dabei. Ich fand es interessant, weil in der Tourbeschreibung stand ja für Schwangere nicht geeignet. Jetzt sahen wir dann auch warum. Aber um die Spannung vorwegzunehmen, also es gab keine Geburt an diesem Tag. Sie hat es gut überstanden. Dieses Schiffswrack ist ja die Hauptattraktion auf der Insel Boa Vista. Das Problem, dieses Schiff wird jedes Jahr kleiner, weil es vom Meer weggespült wird und bald ist es weg. Ihr könnt mir ja mal in meine Kommentare schreiben, wenn ihr euch das angeguckt habt, wie viel von diesem Schiff noch da ist zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr es gesehen habt. Um dort hinzukommen, muss der Geländewagen jedenfalls durch einen extrem engen und unangenehm zu fahrenden Schotterzug. Muss ich sagen, unser Fahrer, der konnte tatsächlich was. Ich bin sehr froh, dass der Fahrer ungleich motivierter war als unser Tourguide und uns da tatsächlich gut durchgebracht hat. Für euch, falls ihr euch überlegt, euch einen Mietwagen zu leihen und die Tour selbst zu fahren, also ich würde das nicht machen, nachdem ich diese Straße gesehen habe. Das Frag selbst ist ein echter Treffpunkt. Hier kommen gefühlt alle Touri-Touren der Insel zusammen. Dass dieses Teil allerdings die Hauptattraktion der Insel ist, das komplettiert das Bild einer tollen Urlaubsinsel zu erholen, die allerdings aus Sightseeing-Gesichtspunkten relativ wenig zu bieten hat. Hier hielten wir uns dann tatsächlich eine geschlagene Stunde auf, weil unser Tourguide damit beschäftigt war, zwei Teilnehmer unserer Tour für seine Dschungelshow zu werben, die, Zitat, nicht so ein Dreck sei, wie das, was wir im Hotel vorgesetzt bekämen. Also viel später als eigentlich nötig wurden wir wieder in den Geländewagen geladen und dann ging es los. Nächster Stopp, aber nach der Abfahrt folgte erstmal eins meiner ganz persönlichen Highlights des Tages. Unser Partner-Geländewagen war nämlich kurzzeitig liegen geblieben. Hier sieht man unsere beiden Leute, wie sie nach dem Wagen suchten. Plötzlich war er einfach weg. Ah, da ist er ja. Und weiter geht's. Jetzt war Hauptstadtzeit. Geplant war ein Stopp am alten Hafen von Salrej von der Hauptstadt. So stand es zumindest in der Tourbeschreibung, die wir in der TUI-App mitlesen konnten. Für mich war das schon das Highlight. Ich interessiere mich ja für Architektur und Städte und sowas. Und deswegen hat es mich auch ziemlich irritiert, dass wir dann doch zuerst zum Mittagessen gefahren sind. Ziemlich beeindruckend. Und hier könnt ihr sehen, wie alle TUI Offroader zur Einfahrt das von TUI offensichtlich favorisierten beziehungsweise unterstützten Lokals auf der Insel einfahren. Das Mittagessen war dann TUI-typisch okay. Nichts Besonderes. Man konnte zwischen zwei Menüs wählen oder drei Menüs. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das Restaurant, das muss man sagen, lag auch ganz nice. Hatte da so einen eigenen Strand noch mit dabei. Allerdings kam es dann zum Showdown des Tages. Als der motivierte Reiseführer nämlich mit seinem Plan für den restlichen Tag rausrückte. Da meint er nämlich, jetzt geht's noch zum Strand und dann fahren wir um vier zurück. Und ich daraufhin? Und wo ist die Stadt? Und in der Beschreibung stand doch, dass wir bis fünf unterwegs sind und nicht bis vier. Als ich ihm dann die Beschreibung zeigte, wurde er ziemlich schnell ziemlich wütend. Das lief wohl nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte mit uns. Dann scheiterten sich auch die anderen Tourteilnehmer ein. Also dann war ich nicht mehr ganz alleine. Und dann meinte er, ja, die TUI hätte bei ihm ja was anderes gebucht, als das, was in der Beschreibung stünde. Und laber, aber, aber. Und dann habe ich ihm gesagt, dass mir das total egal ist. Und dass ich gerne die Stadt sehen will, so wie es geplant ist. Aber dann gibt es weniger Zeit am Strand. Sag ich, nee, gibt es nicht, weil die Tour geht ja auch bis fünf und nicht bis vier. Also ihr merkt, ich bin einer von den Touris, den ihr als Touriguide absolut und unbedingt dabei haben wollt auf eurer Tour. Mein Verdacht war ja, er wollte sich eine Stunde rausholen und schnell Feierabend machen und auf den Weg zum Feierabend in den Feierabend noch ein paar TUI-Kunden abwerben. Und das fand ich als TUI-Aktionär tatsächlich ganz und gar nicht lustig. Jedenfalls fing er dann an, mit der Zentrale zu telefonieren und wild zu gestikulieren. Und als er dann aufgelegt hatte, meinte er also schmollend, ja, wir fahren jetzt in die Stadt zum Hafen. Auf dem Weg zelebrierte ich dann meinen Sieg über diesen Tourguide. Hier ein paar Bilder von Sal. Mit einem halben Auge aus dem Wagen kann man hier auch das richtige Leben in der Stadt sehen und erahnen. Also schaut selbst. Musik Musik Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin ja nicht so groß, ich halte es ja tatsächlich ganz gut aus. Also auf jeden Fall weitere 20 bis 25 Minuten Fahrt Richtung zurück zum Hotel, bei dem wir dann um kurz nach 5 wieder angekommen sind. Das war also der Tag, den wir doch in weiten Teilen im Auto verbracht haben, unseren Urlaubstag. Also zum Fazit. Mit der Tour bekommt man schon einen guten Eindruck davon, wie wenig es eigentlich auf der Insel zu sehen gibt. Für den Überblick ist die Tour absolut gut. Die Frage, die man sich jetzt selbst beantworten sollte, auch nachdem ihr jetzt meine Bilder gesehen habt, möchte ich dafür wirklich einen Urlaubstag und das Geld investieren oder nicht? Rückblickend war es für mich schon ein guter Eindruck, der die Zeit und das Geld durchaus wert gewesen sind. Ja, weil man dann eben doch irgendwie das Bedürfnis hat, den Ort, an dem man Urlaub macht, doch einmal zu sehen. Allerdings auch nur deswegen. Beim Roadtrip von Dallas nach Los Angeles und zurück. Ich freue mich ja besonders auf Roswell und die Area 51 und da will ich mal nach den Aliens sehen. Wer weiß, vielleicht begegnet mir ja unser motivierter Tourguide wieder. Inzwischen wünsche ich euch jedenfalls einen schönen Urlaub auf Boa Vista.